Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich kann einfach nicht glauben, dass du das Autokino verkaufst. Weißt du, das will keiner mehr im Auto sitzen und Filme sehen. Es gibt Netflix und Chill. Okay, dann kauf ich's dir ab. Kein Scheiß. In ein paar Monaten bin ich sowieso mit der Schule fertig und dann mach ich den ganzen Scheiß hier. Bitte warte einfach noch ein bisschen. Das will ich sehen. Autokino ist Geschichte. Sind das nicht deine Freunde, die immer nur herkommen, um Gras zu rauchen? Sicher nicht. Nein, das sind nicht meine Freunde. Ist das nicht das Mädel, auf das du so stehst? Mach's gut. Ich hab gesagt, bleib stehen. Bleib mal stehen. Ich hab gesagt, bleib stehen. Ich hab gesagt, bleib stehen. Was sind deine Freunde? Oh, warte, ey. Du hast ja gar keine. Was soll ich mit dir machen, hm? Lass ihn sag. Hey, Zoe. Zoe, Zoe, ich wollte dich mal was fragen. Wollte dich einfach was fragen. Wollte dich einfach was fragen. Was? Willst du mal mit mir einen Film anschauen? Oh, das ist eine gute Idee. Also hier? Ist ziemlich cool. Ja, ist ziemlich cool. Sie will nix von dir. Glaubst du wirklich, die will was von dir? Das Outdoor-Kino gehört meinem Vater. Und der reißt hier gleich alles ab. Du kannst hier mit niemandem deinen Film schauen. Lass ihn, Zack. Kommen wir herauf. Wir fangen doch gerade erst an. Geht schon. Du hast Glück. Wirklich. Leider. Leider. Weils. Wirklich. Wirklich. перговорen. Wirklich. 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 Wirklich, wirklich. Wirklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017